Nach ein paar Wochen bin ich da, wo ich dachte, dass ich da nicht hinkomme. Wir sind innerhalb von vier Monaten wesentlich besser geworden. Das hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert. Und unser Zusammenspiel mit den Profis. Da war eine Riesenstimmung. Die Jungs waren so zuvorkommend und mitfühlend mit uns. Das hat mich wirklich unheimlich fasziniert, dass das geklappt hat. Also ich finde es ganz toll, dass wir als Gruppe innerhalb von wenigen Wochen zusammengefunden haben. Wir haben dann so diesen Geist wirklich mitgenommen. Und eine Dynamik entwickelt, die uns musikalisch total nach vorne gebracht hat. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Das stimmt. Ich war immer nur frustriert, weil ich überhaupt nicht rankam an die Geheimnisse. Bis ich erkannt habe, jetzt über Supergain, es gibt gar kein Geheimnis. Im Gruppenspiel und mit den Profis. Wobei die Profis uns eine riesen Hilfe waren. Und mit den Jungs, das war eine unheimliche Einheit. Was Gruppendynamik angeht, kann ich nur sagen, dass die Leute, die nicht ganz so stark waren im Kurs, genau so gewonnen haben. Man spielt wie die Jungs, die schon ein bisschen weiter waren. Richtig gute Jungs. Es ist ein super Gewinn. Ja. War Series